Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skybar. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, spielen wir ein bisschen Minecraft ohne ein bestimmtes Thema jetzt. Ich würde einfach sagen, wir killen ein paar Gegner und chillen einfach so Basel, weil wir cool sind und einen lustigen Mund haben. Nein, ich habe hier alle drei gegeben. Ich habe einfach gleich in 10 Minuten Schule, Leute, was ich nicht alles für euch mache. Genau in 10 Minuten fängt mein Unterricht an und ich nehme hier eine ganz gediegene Runde Minecraft auf. Ich muss mich jetzt einfach bei einer neuen Jungen Schule, easy. Andere Leute chillen schon in der Pause und warten bis der Unterricht anfängt, normale Leute. Ich nehme vier YouTube Videos auf, weil ich nicht normal bin. Ich nehme vier